Killerwohnung, Mann. Danke. Die Wohnung ist richtig Killer. Ey, ich mag die Lieder in Kissen voll. Die nicht rosa? Ich kenn den Unterschied nicht, um ehrlich zu sein. Niemand kennt den. Die sind richtig schön. Ah ja, danke. Die hat meine Freundin gekauft. Ich lieb das Bild da. Listen to your heart. Ah, diese Herzpummen sind so alte Lautsprecher. So kreativ. Richtig smart. Ja, das ist auch von meiner Freundin. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, oder? So clevere Wortspielbilder kaufen doch eigentlich nur Männer. Hier nicht, nein. Ey, wenn du jetzt noch sagst, die meditative Blumenmelke da hinten mit dem Malbuch ist auch von deiner Freundin rastig komplett raus. Ey, die Ecke riecht schon fast nach zu viel Testo. Ne, tatsächlich auch von meiner Freundin. Beta-Energie. Ist hier irgendwas überhaupt von dir? Ey, ja klar, ich hab hier auch mit Sprache recht. Komm, ich zeig euch, was alles von mir ist. Hier. Ah, nice. VfB. Das würde mir meine Freundin nie erlauben. Du hast richtig Glück, ey. Ja, richtig Glück. So präsent im wichtigsten Wohnbereich. So präsent.